Was geht ab, Freunde, Supporter? Willkommen zu einer weiteren Grandiosen-Folge Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit auf Start seid. Wie immer, erstmal dickes Sankt an alle Unterstützer hier, Supporter des Projektes. Wir machen weiter, Freunde. Ihr könnt natürlich wie immer, während ich hier schon ein bisschen lang greife, in die Videobeschreibung mal schauen. Nee, ich hab gar nichts gesehen. Scheiße. Ähm... Vielleicht ist die ganze Anlage schon überrannt? Man weiß es nicht so genau. Ja, Freunde, werft einen Blick in die Videobeschreibung. Twitter, Instagram, Twitch könnt ihr mir gerne kostenlos folgen. Auch beim Gewinnspiel meines Partners, Instant Gaming, könnt ihr kostenlos mitmachen. Oder wenn ihr aber selber was kaufen wollt, Games, Guthaben, etc. Was ihr so braucht, checkt das gerne mal ab. Täglich gibt's ja neue Angebote, alles in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Also die Videobeschreibung macht euch froh, die macht mich froh. Und gemeinsam macht uns dieses wunderschöne Spiel bisher sehr froh. Ist der Strom an? Ist der Strom an? Aber müssen wir jetzt hier schon versuchen, durchzukommen über den Zaun? Hier vorne oder was meinte sie? Meinte sie hier? Okay, bevor ich das probiere, ich probier's einfach mal. Wir gehen alle davon aus, dass es wohl nicht läuft. Ich probier's aber trotzdem mal. Ich darf's gar nicht probieren. Ich darf's nicht probieren. Okay, na gut, alles klar. Ist ein kleiner, aber... Kleiner, dezenter, aber deutlicher Hinweis. Du sollst hier nicht lang. Spieler, du sollst hier nicht lang. Du sollst hier über den Zaun. Dann machen wir das doch mal. Nur der Boy da vorne oder was? Geh' wir mal rein. Warte, warte, warte. Hier liegt meistens immer was auf diesen Kisten. Jawohl. Dankeschön, erstmal die Machete reinballern in die Kiste. Manchmal wirken die so, als wenn die noch versuchen, dagegen anzukämpfen. Wie die hier vor mir. Yo! Yo! Nee, ihr könnt jetzt leider nicht sehen, wie ich meinen Kopf schüttel. Aber ich schüttel meinen Kopf. Ich schüttel meinen Kopf. Ich schüttel meinen Kopf. Ihr könnt's nicht sehen, aber... Na ja, gut. Naughty Dog. Naughty Dog. Ihr müsst auch mal dran denken, dass da nicht alle so krasse Skill haben wie ich. Natürlich. Ich. Mit meiner Erfahrung. Mit meinem Skill-Level. Kann sofort drauf reagieren. Auf diese... Auf diese Misere, nennen wir sie jetzt einfach mal. Die ihr veranstaltet habt. Denn, naja, was soll man machen? Es war aber... Irgendwie war's klar, war? Irgendwie war's klar. Die war gerade da, wo man irgendwas looten kann. Was wird sie wohl greifen? Was wird sie wohl greifen? Erstmal looten, bevor der Gegner dran kommt. Aber Naughty Dog. Ohne Scheiß jetzt. Macht sowas nicht nochmal, okay? Na gut. Was ist das für eine Statue, Junge? Wer stellt's? Ist das Free Willy und sein Bruder? Unser Freund? Sieht irgendwie aus wie so ein riesiges Clubhaus oder sowas, oder? Okay. Kleinen Mauvaus. WLF. Sie wurden erschossen. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Gehen wir weiter. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Ja, wenn wir was brauchen, wissen wir es. Was ist das? Ein paar Lappen. Gut, dann stellen wir erstmal was her. Warum können wir eigentlich nur drei Sachen von hier? Äh, gut. Gleich platzern so. Ergibt Sinn. Rucksack ist jetzt auch nicht unendlich groß. Aber im Rucksack befinden sich drei Molotow-Docktails. Vier Waffen. Drei Mad-Kids. Zwei Bomben und eine normale Flasche. Ist klar, dass da nicht noch ein Lampenlappen hinpasst. So, warte mal. So langsam müssen wir doch... Ne, 60 war das. Okay, gut, gut, gut. Ich glaube, ein bisschen falsch mich erinnert. Und 37. Na gut. Ich korrigiere, 38, 39. Ich muss sagen, die Schrotflinde ist ganz gut bisher. Die leistet gute Dienste. Die kann man gut einsetzen. Die knallt gut rein. So muss das sein. Ist hier irgendwas? Sie haben es mit ihrem Beziehen wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht. Nicht, wenn die noch da sind, die sie getötet haben alle. Irgendwie muss ich jetzt gerade ans Hotel aus dem ersten Teil denken. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil es so ein bisschen ähnlich aussieht. Ah, da ist ja doch was drinne. Manchmal dauert es ein bisschen, ne? Dann dauert es in manchen kleinen Moment, bis es dann da angezeigt wird. Unser Schlag gegen den Fedrug-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens drei von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwunderte. Nach unseren letzten Versuch... Ne, Verlusten. Alles gut getan, zurückzuschlagen. Ich frage mich immer... Das ist wirklich eine Frage an euch. Die Frage der Folge. Glaubt ihr in so einer Apokalypse Wenn solche Leute, die skrupellos plündern und Brandschatzen und so weiter noch nebenbei so kleine Berichte schreiben und die in irgendeine Schublade packen Glaubt ihr, das würde passieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht was schreiben. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob man das einfach so machen würde. Nein, mach's kaputt. Ich weiße halt auch Spaß. Das ist doch... Ich weiß nicht. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Was? Niemals. Er war's bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Den kenn ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ach. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Tommy, Tommy, Tommy. Das wäre so scheiße, wenn der auch noch drauf geht. Wie lange geht das raus? Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Oh Mann, äh. Ich muss, äh. Es ist einfach immer noch so scheiße, dass Joel echt was tot ist. Weil, wie gesagt, wir kommen ja zu der Erinnerung an das Hotel und wie die beiden unterwegs waren. Mann, äh. Warum, äh. Warum so, warum so früh? Ja, vor allen Dingen auch. Beruhig dich. Ganz ruhig. War ich da nicht durch? Okay, da ist dann wohl nix. Du sagst es ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Oh mein Gott. Hab's. Hab's. Und ich... Hab's. Auf. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder... WLF. Woos. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Hm. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich kenne gar nicht... Oh mein Gott! Alter, hab ich mich erschreckt. Nein! Erstmal red dead jetzt hier, ihr Hülsch! Alter, warum tötet ihr immer meine Pferde? Alter, hab ich mich erschreckt. Jetzt sind wir schon wieder K.O. geschlagen worden. Was ist hier los, Mann? Was soll es? Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Ich habe nach einem Typen mit einer scheißhärstlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringen gekillten. Moment, Moment, das ist doch fälliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Es ist scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mann. Es ist egal, wie viele es sind. Wir finden sie. Wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Jawohl! Dina! Komm, schnapp dir das Messer! Schneller, schneller, schneller! Komm, schnapp dir das? Bixer! Alles gut? Jetzt schon. Ali. Ali. Wir sollten gehen. Zum Platz hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los. Sieh dir den später an. War dein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm. Pack Ali. Weg. Geh aus. Drei. Zwei. Eins. Die darf nicht entkommen. Warn, Junge. Friss den Hammer, Bitch. Uah. Aber diesmal den Hammer aus Eisen, oder Jungs? Oder Jungs? Den Fleischhammer gibt's nächstes Mal. Okay, gut. Schnell einsammeln hier die Scheiße. Gern noch irgendwas? Gern noch irgendwas? Ja, die haben einfach Schimmer getötet. Es hört nicht auf, wa? Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ich hatte nämlich kurz die Überlegung, ob wir, ob Ali jetzt einfach jeden verliert, der um ihn herum ist. Äh, um sie herum ist. Wahrscheinlich um ihn. Let's go. Deutsch Sprache, Schwere Sprache. Oh, verdammt der Scheiße. Au. Den kann ich aber abfackeln. Martinino! Gehen wir mal kurz Seko. Kinder, wo bist du hin? Wo ist jetzt dieses Feature, dass die die ganze Zeit ihren Namen ruft, wenn ich einen von denen kille? Wo ist das Feature? Das war eine dumme Entscheidung, Bruder. Alles okay? Ja. Kennst du irgendjemand davon? Nein. Ich dachte, da wäre noch einer mehr, der irgendwie rechts lang gelatscht wäre. Puh. Okay. Man muss sagen, die Action ist auf jeden Fall intensiv. Das ist schon ganz geil gemacht. So, ganz kurz. Lass mich ganz kurz hier das abchecken. Nicht, dass hier noch irgendwie was geiles zum Einsamen ist. Bisschen Schrott oder so. So wie zum Beispiel Lehrbücher hier. Scheiß auf Schule, oder? Jawohl. Hier braucht es schon. So. So. Gut. Das war's mir. Damit ist es! Woher kamen diese Schüsse? Weiss nicht. Du, 뉴� 데iütest. Du übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. Sind es nur die drei? Wo ist der andere hin? Ah da 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 da, oh Hau sie hier lang? Ja Scheiße, was geht aus? Ich weiß nicht, was geht aus? Ich weiß nicht, was geht aus? Ich verleicht euch! Hey, wie viel denn noch? Jetzt sind noch vier Leute am Leben, okay Er wird doch wahrscheinlich gleich die Leiche entdecken Oder haben die das schon entdeckt? Oder warum war der Fall über den? Wird er mich jetzt vorne sehen? Ja, ja, ja Komm, weißt du was? Nein, 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 nein Wooh! Wooh! Einer! Gut, ich gebe es ja zu. Unnötiges Risiko. Aber ich dachte, ich könnte die ersten beiden gemeinsam abfucken mit einem Mulde. Aber leider hat es nicht geklappt. Ja gut, wenn ich mir jetzt hier gerade die Heilung ansehe, so 50% mehr, wäre schon ganz geil, oder? Weil das sieht ja so aus, als wenn wir gerade mal 50% der Leiste machen, von der aktuellen, von der ersten. Vielleicht hole ich mir doch mal das Upgrade. Aber es ist halt erst hier hinten, ne? Naja, wir machen das schon. Wir machen das schon. So, das waren jetzt die vier Leute. Wir checken trotzdem nochmal ganz kurz hier unten ab, was hier noch so rumliegt. Aha, Munition vor allen Dingen, sehr gut. Madkit, sehr gut. Schrott. Noch ein bisschen was. Oh, Alter, hier liegt ja ganz schön viel zurück, nice. Ich mach euch alle blöd und räche mich. Jawoll. Das macht einfach Spaß, was ist das einfach? Gut, ich glaube, ich komme nämlich sowieso zum Ende der Folge langsam. Oder hauen wir noch schnell hier ab? Ich weiß nicht. Ich will jetzt auch keinen übersehen, weil ihr habt mir Schimmer genommen. Das ist euch bewusst. Schaulen und Schimmern. Oh, 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 oh. Hier wird auch nochmal gefeiert. Oder? Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Ah, runter, hab ich gesagt. Das ist Adrian's Patronium. Hey, jetzt zwei. Der Eindringling ist weg. Was? Habst du was gesehen? Nein. Sicher das Dach. Ich such hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Wie kommen sie da runter? Keine Ahnung. Oh, Alter. Ich hab hier einfach den Arm abgeballert. Komm von der Seite. Verstanden. Hast du es, Dina? Schaffst du, oder? Dina? Gut gemacht, Dina. Sehr gut. So. Die Begleiter können sich zwar schon wieder teleportieren, wie im ersten Teil, aber sie sind schon ganz gut hilfreich, wa? Oftmals, muss man mal sagen. Die hat schon einige weggemacht. Oh, Jackpot. Oder? Ja, schön, 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 schön. Ist hier noch mehr? Tötet ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzlich Einheiten, um diese andere Frau zu finden. Gut. Freunde. Wir hören an der Stelle auf jeden Fall mal auf. Folge ist lang genug. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und schaltet beim nächsten Mal ein. Wir werden kommentieren nicht vergessen. Videobeschreibung abchecken. Haut rein. Und tschüss.